Hallo meine lieben Freizeitstrategien da draußen und herzlich willkommen zurück bei Europa Universalis 4 Emperor mit Württemberg, das so nach und nach wächst und das finde ich persönlich eigentlich sogar ganz ganz gut. So, ich bin immer noch am schauen wie ich jetzt hier verfahren kann, das Problem ist mit Österreich und Straßburg, ja verbündetes Augsburg, kann ich nicht machen. Sobald wir jetzt hier Baden integriert haben, was nicht mehr allzu lange dauern durfte, sind wir schon bei 80%, wollte ich ursprünglich eigentlich hier Straßburg angehen, aber Straßburg ist an der Handelsliga und das ist ein Problem. Ja, Waffenstoffe mit Baden, Ingolstadt und Co. ist beendet, also das heißt ich kann da relativ wenig tun. Jetzt frage ich mich halt, weil wir diesen auch in einer Handelsliga, die sind in keiner Handelsliga, die Prägenzer, die sind in keiner Handelsliga und sind nur mit Konstanz verbündet. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht stattdessen hier das Städtchen hier mir geben sollte. Auf jeden Fall durfte inzwischen jetzt glaube ich auch der hier nicht mehr nötig sein, ich glaube nämlich die aggressive Expansion ist gefühlt noch bei minus 7. Okay, also das ist in Ordnung, glaube ich. Äh, dann mache ich es tatsächlich so Leute, ich werde es hier memmingen, ich werde versuchen sie einfach zu, ähm, zu vasalisieren. Das ist jetzt ein großes Risiko, was ich eingehe, aber irgendwas ist ja immer. Abnehmende Macht des Adels, okay, der Adel verliert tatsächlich an Einfluss, was ich gut finde. Oh, und da passiert es, das Schattenkönigreich. Es ist in der Zeit Italien aufzugeben, Österreich verliert 10 Prestige und 20 Reichsautorität. Ja, die italienischen Stadtstaaten oder Staaten, die, äh, ja, nicht gezügelt wurden, verlassen das Reich, die anderen bleiben. Ähm, okay. Oh, wenn ich hier das richtig anstelle, Leute, dann habe ich ja bald Militärtech 6, dann bin ich denen sowas von über. Das wäre cool. So, warten wir einfach mal ab. Wie gut bis, äh, ich sage ich jetzt nur bei 4. Ihr seid bei 5. Bei 4. Okay, behalten wir das einfach mal im Hinterkopf. In Donau-Wörth kommen bald die Rebellen hoch, um die wir uns kümmern werden, kümmern müssen. Und ich kann eine Regierungsform erlassen. Die Frage ist, will ich Adelsprivilegien? Das gibt mir mehr Manpower. Oder will ich sie beschränken? Dann bekomme ich mehr Geld. Der bezieht auch den Adelseinfluss, wie ihr seht. Äh, ich zitiere an der Stelle den lieben Günther Shadow. Manpower is never just a number. Aber Geld ist nur eine Nummer. Deswegen entscheide ich mich für mehr Manpower. Und habe dadurch jetzt hier bis zu 13.376 Mann potenziell. Unter, ja in meiner Reserve. Nicht unbedingt unter Waffen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, nächste Tech. Ich kann es im Tempel bauen. Und den werden wir auch bauen, sobald wir das Geld dazu haben. Noch haben wir es nicht. Äh, ich bleibe hier auf jeden Fall auf diesem Niveau. Und warte immer noch darauf. Ja, die sind schon bei 90%. Die werden bald kommen mit 7.000 Mann hier in Donauwörth. Oh nein, und die Johanna ist gestorben. Unsere liebe Ehefrau. Äh, die immer so schön über Militär mit uns geredet hat. Schade. Ich hoffe persönlich, dass Graf Ulrich noch eine Weile lebt. Echt krass, ne? Im Alter von 8. Muss der Junge jetzt hier leben, wie seine Mutter stirbt. Ey, voll übel. So, da ist die Revolte, die wir jetzt hier... Boah, mit teilweise größeren Schwierigkeiten besiegen, als ich gedacht habe. Ah, und da ist es passiert. Es gibt Prestige und reduzierte diplomatische Reputation. Denn wir haben Baden. Ihr müsst jetzt sehr stark sein, liebe Badener. Hier einfach mal so geschluckt. So, dann gehe ich jetzt hier nach Urach. Und ihr geht da hin. Ich habe dadurch jetzt hier dominiert Schwaben abgeschlossen. Und bekomme dadurch jetzt hier mehr diplomatische Reputationen. Und, äh, verbesserte Beziehungen. Dann, als Möglichkeit, als nächstes kann ich den Schwabenbund machen. Da brauche ich halt mindestens 8 schwäbische Provinzen, die irgendwie unter meinen Fittichen stehen. Also über Bündnis, Eigentum, Vasallentum, glaube ich und so weiter und so fort. Und ich muss jetzt hier den Staat Baden gründen, der jetzt von mir kontrolliert wird. Und dadurch hat sich hier schon mein Regierungslimit hier schon, ja, um 11% ausgenutzt hier. So, wie hoch ist meine Manpower? Immer noch 13.841. Ist also alles noch im Rahmen. Oh, und jetzt mache ich das nächste wichtige, Leute. Moment. Ein neuer Turnier-Champion. Das mal gucken, was er als Ehrsinn. Während dem letzten ritterlichen Turnier überraschte er ein unangemeldeter Bürger die Zuschauer, in dem er alle Herausforderer besiegte und zum Champion ausgerufen wurde. Nun stehen wir vor der unangenehmen Entscheidung, was wir mit ihm anfangen sollen. Der Mann soll unsere Armeen anführen. Oh, da bekomme ich einen General mit 100 Traditionen. Oder ich erhalte Legitimität. Legitimität bin ich aber schon voll. Ey, dann verzichte ich auf den ganzen Scheiß hier. Und hab lieber diesen General mit 100 Traditionen. Ey, der ist mega. Der ist besser als der, den wir jetzt schon haben. Der Siegberg-Röther sollte es am Ende sein. Okay. Ja, das hier kriegen wir alles wieder hochgeschaufelt. So, jetzt mache ich erstmal Landbeschlagnahmung wieder. Wir kommen jetzt dadurch über 50%. Beachtet mal das hier. Auf einmal haben wir jetzt hier Boni, die wir vorher nicht hatten. Jetzt muss ich erstmal diesen Verein hier niederschlagen. So. Und beendet. Momentan ist das noch sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird. Und jetzt versuche ich auf jeden Fall den Adel zu beschwichtigen. Wäre es sofern möglich. Äh, weniger... Was? Weniger Rebellen als eine? Okay, das... Das ging schnell. Das war ja ein... Das war ja ein... Das... Die Rebellen waren für den Adel noch da. Ah, wie geil. Ich konnte das sofort ausnutzen. Ja, ähm... Glück muss man haben, ne? So, jetzt muss ich bloß warten, bis meine Man-Pause sich hier wieder, äh, so hin verteilt hat, wie sie soll. Und... Die Sache mit Memmingen... Oh, ich gewinne Stabilität. Halleluja. Oh, ist das schön. Oh, dass wir auch mal was geschenkt bekommen. Das heißt aber auch, dass wir dadurch jetzt hier 5% mehr Steuern noch zusätzlich machen. Aber ich will euch das gerade eben mal zeigen, ne? Wir machen jetzt hier 5% mehr Steuereinnahmen global und mein Absolutismus hat sich um 5% noch erhöht. Dadurch, dass wir jetzt hier, ja, mehr als die Hälfte des Kronenlandes besitzen. Und dieser Bonus erhöht sich noch weiter, wenn wir mehr als 75% Kronenland haben. Und ja, das ist der Ort, wo Mörbchen hin will. So, Memmingen. Ihr seid hoffentlich demnächst fällig. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt mal den Anspruch auf euch. Und dann sehen wir mal weiter. Anspruch auf Memmingen. So, dann kann ich jetzt hier mal das Spionagenetzwerk beenden. Und jetzt gucke ich mal. Ja, Österreich würde sie auf jeden Fall verteidigen wollen, die alten Schlawiner. Und die machen aber nicht mit, weil es halt eine Reichsstadt ist, ne? Halt, jetzt habe ich den Kriegsgrund. What the hell? Ja, aber das ändert nichts an der Sache. Das ändert leider gar nichts an der Sache. Also wir haben zu wenig Manpower. Österreich ist halt unglaublich stark. Wir haben zwar eine deutlich bessere Militär-Tech, aber wir können da halt einfach nichts machen. Wer ist denn diese Handelsliga drin? Bremen, Hamburg, Riga, Lübeck. Das sind eine Menge Typen. Die haben halt noch mehr Männer. Okay. Und wie sieht es mit dir aus? Du bist auch mit Österreich und der Pfalz verbündet. Konstanz. Memmingen und den drei Bünden. Also wir müssen eigentlich irgendwie gucken, dass Österreich auf lange Sicht beschäftigt ist, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch mal dieses Achievements haben. Zuverlässige Verbündete. Wer ist noch mit mir verbündet, by the way? Ist Ulm mit mir verbündet? Nee, Ulm ist nicht mit mir verbündet. Ach, dann versuche ich es einfach bei denen da. Ich muss jetzt erstmal Beziehung verbessern. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab. Wir müssen jetzt auch noch den Malus mit der diplomatischen Reputation abbauen. Denn wir haben gerade eben eine schlechtere. Durch annektierte Untertanen. Ich weiß gerade eben nicht, wie lange das anhalten wird. Und es gibt eine neue Reichsreform. Jetzt sind wir schon hier bei Reichsregimente angekommen. Okay. Jetzt will ich mal kurz mal gucken. Ich habe schon 16 gefallen bei den Gut. Was dämlich ist, dass ich trotzdem sie nicht zwingen kann, einen entsprechenden Krieg mit mir zu machen. Erweist 10 gefallen, ein gefälzerisches Vertrauen zu Württemberg zu werden. Ich mache das jetzt echt mal. Ich will das Vertrauen erhöhen. Dasselbe mache ich hier. Ich will das Vertrauen erhöhen. Österreichs Vertrauen in mich ist immer so ein bisschen. Angriffskriegen beitreten. Das lassen wir mal jetzt hier schön sein. Ein weiterer Verbündeter wäre jetzt momentan tatsächlich sogar wieder wünschenswert. Irgendetwas Mächtiges, was mir vielleicht sogar gegen Österreich helfen kann. Also wir sehen auf jeden Fall der Kollege hier. Ah, kann ich Frankreich eventuell? Ja, aber Frankreich ist zu gefährlich. Und die mögen mich nicht. Immer noch unrechtmäßiges Territorium. Ne, oh Gott, was ist denn da los? Böhmische Meinung bei Württemberg minus 1000. Okay, die fühlt mich voll kacke. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten momentan noch, Leute. Das ist das Thema. Das heißt, ich kann jetzt meine Truppen jetzt hier mal hart drillen lassen. Zu viel, die vielen Interessen von Ulrich dem Fünften. Unser Graf zeigt zunehmend Interesse an den höheren intellektuellen Bestrebungen und kann Tage damit verbringen, mit den Gelehrten an unserem Hofe zu sprechen. Er hat damit begonnen, Gelehrte von nahe und fern einzuladen, um ihnen dabei zu helfen, besser zu verstehen, wie die Welt und die Menschen funktionieren. So wie die Sache läuft, könnte Ulrich der Fünfte selbst bald zu einer eigenständigen Autorität werden, wenn es ausreichend Zeit und Ressourcen in die Bereiche seiner Wahl investieren kann. Okay, wir müssen danach streben, die physikalische Welt, die uns umgibt, zu verstehen. Unser Oberhaupt wird nach belieben Zeit und Ressourcen unseres Staates die Verfolgung seiner größeren Interessen im Leben investieren können. Lediglich die Zeit wird zeigen, ob er sich einen eigenen Namen in der Wissenschaft machen kann. Oh, das wäre cool. Oder ein Herrscher muss die Gesetze von Gott und den Menschen verstehen. Das ist wohl unser Oberhaupt. Er wird Zeit und Ressourcen aufwenden. Ja, wahrscheinlich für andere Dinge. Und dann, er macht, nee, ich mache Wissenschaft. Er wird ein Mann der Wissenschaft natürlich. Er ist ohnehin schon ein Gelehrter. Im Alter von 50 fängt das mit seinem Studium an. Ja, der Mann hat anscheinend Zeit und Bock. Kann man ja mal machen, ne? So, also ich bin momentan, wie ihr seht, jetzt hier gerade eben schon ordentlich vorangekommen. Aber viel weiter kommen will es gerade eben nicht. Weil Österreich irgendwie überall involviert ist. Und ich kann nur hoffen, dass Österreich irgendwann mal, ja, jetzt hier mal in Kriege oder sowas hineinrutscht. Momentan haben sie ja mit Ungarn, also ich, ehrlich gesagt, muss ich sogar auch fast hoffen, dass die Osmanen da vielleicht sogar aktiv werden. Aber ich muss es halt sehr, sehr vorsichtig angehen, ne? Ich kann es hier nicht einfach Österreich angreifen. Nicht mit der Anzahl an Soldaten, die mir möglich sind. Da fehlt es mir noch so ein bisschen. Aber bis dahin, verbessere ich jetzt hier mal einfach mal mein Standing bei dem. Punkte kann ich hier da noch reinbauen. 67, das ist eine Menge. Also gut, wir warten jetzt einfach. Und da ist es auch schon. Arke Buse. Militärtech 6. Und 150% sind wir vor der Zeit. 15 Jahre. Ja, was soll ich sagen? Also rein militärisch sind wir noch schwer zu schlagen. Feinde der Aufklärung. Einige Wissenschaftler haben mehrere Werke mit radikalen Thesen veröffentlicht, die sich bei einer Verbreitung als destabilisierender weisen könnten. Sollten wir uns für den einfachen Weg der Obskurantismus entscheiden und dieses Wissen unterdrücken, oder wäre es besser, dem Fortschritt nicht im Wege zu stehen? Wissen ist Macht, erhöht die Unruhe. Ignoranz ist Segen, reduziert die Prestige. Oder ich gebe einfach 5 administrative Macht aus. Das mache ich. So. Weil wir Gelehrter sind. Dupdi Dupdi Dup. Hat Vorteile, Gelehrter zu sein. Was kostet das jetzt hier eigentlich? 1500. Und theoretisch wäre es mir möglich, sogar das nochmal zu machen. Und dann plötzlich so zack, 30 Jahre in der Zukunft mit der Waffe. Die anderen sind noch mit Pfeil und Bogen unterwegs und ich schieße mit Maschinengewehren. Ja, unwahrscheinlich, dass das passiert, aber nicht unmöglich. So, ich könnte jetzt natürlich noch versuchen, mal überlegen, meine Bündnisstruktur komplett zu verändern. Aber das hätte ich dann von Anfang an machen können. Ich hätte den Schwabenbund machen können. Dann hätte ich halt diese Ansprüche bekommen. Aber das Problem ist halt, was habe ich davon, wenn diese schwäbischen Reichsstädtchen, ja, dann mit mir verbündet sind. Eigentlich nicht so viel. So, jetzt berufe ich den da mal ab. Packe den da hier mit rein. Oh nein, nicht die Pest. Oh Gott, unser Volk lebt in ständiger Angst vor Epidemien, die sich oft als weitaus tödlicher weisen, haben als Kriege oder gar Hungersnöte. Zur allgemeinen Bestürzung hat ein Ausbruch der Pocken. Donau wird getroffen. Dieser wird voraussichtlich viele Menschenleben von, insbesondere die von Säuglingen. Wir müssen etwas tun, dann gebe ich Geld aus. Ja, ich gebe, ich muss etwas tun. Definitiv, gar keine Frage. Immer noch illoyale Stände, aber es sind nur noch die Bürger, die momentan illoyal sind. Das hier kann ich 67 wieder machen. Ich frage jetzt, ob ich das sofort wieder mache. Wir werden es sehen. So, ihr seht, dass hier Klerus, Adel und Bürger noch mehr an Einfluss verloren haben. Das finde ich momentan eigentlich sogar ganz gut. Ich möchte halt jetzt das da mal langsam aber sicher entwickeln. Wie lange kann ich das hier noch ändern? Mit 69 kann ich das ändern. Die Frage ist halt, also ich will auf jeden Fall das da noch bekommen. Also ich muss auf jeden Fall da etwas tun, damit ich mehr administrative Macht bekomme. Um wiederum die erste Ideengruppe zu bekommen. Aber eigentlich möchte ich die militärische Tech, also die erste militärische Ideen mir sogar theoretisch holen. Sind das hier qualitätsigen Kampfstöcke für Infanterie? Defensive Ideen in der aktuellen Situation wäre gar nicht so schlecht wegen der Moral. Das habe ich ja gelernt. Man könnte aber auch in unserer Situation die offensiven Ideen nehmen. Da followt jemand. Herzlich willkommen. Prestige bei Landschlachten. Einzelbele. Einheitenlimit. Diszipliniert. Wobei in unserer Situation vielleicht auch Quantitätsideen möglich wären. Mehr Rekrutenreserve. Die Jungen können dienen. Zwangsdienst. Reduziert die Kosten für meine Regimenter. Reduziert den Unterhalt für meine Regimenter. Oder aber, ja, also es ist halt auf jeden Fall nicht unsinnig das zu machen. Momentan habe ich halt echt Schwierigkeiten, weil hier keine Kriege entstehen. Es ist ein unglaublich friedliches Spiel bis jetzt. Du hast mich echt ehrlich gesagt wundert. Alternativ können wir natürlich noch Ingolstadt mir vielleicht holen. Eigentlich hatte ich das nie vor. Seien wir mal ehrlich. Ich hatte nie vor mir Ingolstadt zu holen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Du bist ein Juniorpartner von Bayreuth und verbündet. Ne, du hast einen Juniorpartner Bayreuth und du hast noch Sachsen und Regensburg als Verbündete. Regensburg. Da hinten. Ah, Moment. Jetzt kann ich die Kirche machen. Ja, die baue ich jetzt hier bei Stuttgart rein. Vielleicht 0,33 mehr pro Monat. Ihr trainiert hier momentan immer noch tapfer. Und im nächsten Monat habe ich jetzt das hier abgeschlossen. Na also, da kommt es doch schon. Handelsliga wurde aufgelöst. Moment, das gucke ich mir gleich mal an. Verlässliche Verbündete. Mehr diplomatische Reputation. Ja, soll ich zwei Untertanen erlangen? Da muss ich dran arbeiten. Hast du eigentlich deine Handelsliga verloren? Nein, leider nicht. Kann ich den hier abziehen? So, Moment. Also, Verfolgung eines Hobbys. Während Ulrich V im Laufe seiner Herrschaft ein großes Interesse in allen Arten intellektueller Beschäftigung entwickelte, scheint seine Ambition, sich selbst einen Namen unter dem Gelehrten der Welt zu machen, nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein. Sein Patronat über die größten Köpfe ist nicht ohne Wert für Württembergs als Ganzes, auch wenn seine nicht erfüllten Ambitionen ein Wunderpunkt für den Graf bleibt. Irgendwas Lateinisches gibt mir diplomatische Macht und Prestige. Also, ich versuche es mal vorzulesen. Es ist bloß sehr, sehr klein für mich. Ich glaube, das heißt sowas grob übersetzt, dass gewisse Dinge einfach für den Menschen zu groß sind oder so. Ich habe kein Latein gehabt. Ich kann momentan nur aus einzelnen Worten, die ich kenne, schließen. Also, Nanos muss auf jeden Fall was mit klein sein. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit Essenz. Das ist natürlich der Mensch. Und das ist zu groß. Egal. Was ist das andere hier? Oh. Kontaktreich kann er werden. Oder diplomatische Macht bekommen. Ich mache ihn mal kontaktreich. Oder warte mal, was bringt mir das eigentlich nochmal, wenn er das Kosten für Technologie runterzieht? Ne, ne, das will ich behalten. Okay, dann ist er... Habe ich das so gemacht? Ich habe keine Ahnung, was kontaktreich gebracht hätte, aber ich möchte, dass er gelehrter bleibt, weil die Kosten für die Technologie senken, finde ich einfach zu gut. Das ist halt einfach netto, dann hier minus 10%. So, wie lange dauert es eigentlich noch, bis ich das hier fördern kann? Es ist noch nicht präsent in Württemberg. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal die Institution fördern. Äh, ich versuche es mal. Tatsächlich. Es wird teuer werden. Aber ich versuche jetzt hier tatsächlich, die Institution zu fördern. Denn die Renaissance ist ja schon auf dem Weg. Dauert es halt einfach eine Weile. Vielleicht war auch das der Fehler. Vielleicht hätte ich das vorher tun sollen. Oh, Moment, da passieren doch Dinge. Das Land Mainz, unser treuer Verbündeter, fordert euren Unterstützungskrieg. Mainzerische Eroberung von Fulda gegen Würzburg an. Dies ist ein Angriffskrieg. Würzburg ist alliiert mit Braunschweig, Nürnberg, Rotenburg, Würzburg und ist Teil des Reiches. Und Österreich wird sie schützen. Äh, Mainz, bist du bescheuert? Was? Moment, ähm, das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Ich werde garantiert nicht gegen Österreich jetzt zu Felde ziehen. Ich lehne ab. Das tut mir sehr leid, aber das geht so nicht. Okay, Österreich ist doch nicht beigetreten. Gut, das ist jetzt doof für Mainz. Mainz kämpft, okay. Würzburg, Braunschweig, Nürnberg. Nürnberg und Rotenburg. Mich wundert, dass Österreich da nicht mitgemacht hat, ehrlich gesagt. Straßburg und Österreich ist immer noch hier mit dabei. Nicht da passiert. Fälligkeiten reichen nicht aus. Ja, ich sehe schon. Hier. Das ist halt der Witz, ne? Keine Chance gegen diese kleinen Länder. Was ist mit dir hier? Österreich ist mit der Pfalz verbündet. Äh, das Ding ist mit der Pfalz verbündet. Oh, Mühlhausen. Oh, Mühlhausen. Oh, Mühlhausen. Was soll man denn da noch machen? Also, wie gesagt, ich habe es nur deswegen jetzt hier gerade eben Mainz verraten. Bündnis mit Memmingen. Memmingen will ein Bündnis. Äh, ich will doch Memmingen erobern, aber ich darf es halt nicht. Also, solange Österreich da mit dabei ist, kann ich machen, was ich will. Ich akzeptiere das Bündnis. München will ein Bündnis, aber ich sage nein. Also, wir sind da momentan in einer blöden Situation. Sagen wir es mal so. So, vielleicht kann ich jetzt hier noch, also Memmingen habe ich jetzt hier bekommen. Vielleicht kann ich dich noch zu einem Bündnis überzeugen. Jawohl. Und damit habe ich jetzt hier mit diesen beiden Stadtstaaten, die ich sowieso nicht so schnell bekomme, ein Bündnis. Unterschiedliche Meinungen und Interessen in den religiösen und weltlichen Angelegenheiten zwischen unserer Regierung und dem Klerus haben sich ausgeweitet. Ja, ja, ja. Ich hole mir die Loy und verliere. Ne, ich will kein Prestige verlieren. Das habe ich gerade eben schon. Dann hole ich mir jetzt hier lieber Prestige. Auch wenn der Klerus jetzt hier stinkig ist, aber was interessiert mich der Klerus? Nunberg will Militärzugang. Ich wollte gerade Ja klicken. Danke, dass es weg ist. Ein Befehlshaber ist gestorben. Es ist zum Glück nicht der, den wir extra bekommen haben für das Einbüßen von Legitimität und so weiter und so fort. Besuch wieder mal einer zwielichtigen Gestalt. Lehne ich ab. Ich möchte jetzt Prestige haben. Ja, meins kann ich jetzt hier rausziehen. Hat sich erledigt. Ja, dann kommen wir jetzt einfach an den Punkt, wo ich ernsthaft darüber nachdenken muss, wo ich jetzt hier noch, weil Österreich ist momentan einfach überall drauf. Ist überall drauf. Ansbach könnte, also ganz im Ernst, ich überlege mir ernsthaft, Ansbach zu vasalisieren und Ingolstadt. Spionage-Netzwerk, weil ich habe da nicht so viele Möglichkeiten bestätigen. Ich werde das immer bei beiden jetzt ein Spionage-Netzwerk aufbauen, weil die einfach so ungünstige Beziehungen haben. Überall um mich herum, Österreich schützt alles. Das ist, das ist, soweit haben wir es geschafft. Also ich habe es in meinem eigenen Test-Let's Play, also was heißt Test-Let's Play, also es war halt ein Test-Spiel, habe ich es weiter geschafft. Da habe ich die beiden Gebiete hier auch bekommen. Da hatten die aber nicht so eine mächtige Handels-Liga. Warte mal gucken. Lübeck, Riga, Bremen, Hamburg. Die sind halt einfach eines der mächtigsten Systeme, die es momentan gibt. Die existieren fröhlich vor sich hin und scheffen Geld. Gut, das ist auch genau ihre Aufgabe. Seit aller der Entdeckung. Ich hoffe, dass jetzt bald ja wirklich die Renaissance kommt. Wahrscheinlich habe ich zu früh damit angefangen, aber... Die Renaissance ist auf jeden Fall in Venedig schon mal am Kommen. Die mögen mich nicht. Allianz mit Rivalen. Ja, mit Österreich halt, ne. Also meine einzige Möglichkeit sind Ingolstadt und Ansbach. Auch wenn ich das eigentlich ursprünglich nicht wollte, aber... Wenn da keine Schwaben sind, packen wir halt welche rein. So ähnlich, ne. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein. So, wupp, 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 wupp. Und du trainierst dir das mal weiter. Also haben wir die Punkte. Wenn ich bei 25 bin, höre ich mit dem Training auf. Und einmal noch. So, Training bitte aufhören, damit ihr noch schnell und fit genug seid. Da, die einzigen kleinen Länder, die ich mir momentan noch holen kann. Und ich muss jetzt irgendwo Macht herbekommen, ne. Hast du als Juniorpartner nochmal... Oh. Moment, was ist da passiert? Abschaffung von Kirchenfunktionen. Mehrere Mitglieder des Adelstandes sind mit einem Vorschlag an den Graf herangetreten. Sie wünschen sich mehr Land und Titel und blicken mit Neid auf den Klerus, der das beträchtliche Ländereien besitzt. Sie bitten darum, dass wir ihnen Kirchenland überlassen, um sicher... äh, um sichern uns im Gegenzug eine großzügige Spende. Ah ja, okay, blablabla. Ich kann auf jeden Fall einen Haufen Geld bekommen. Das freut auf jeden Fall den Adel. Finde der Klerus doof. Mhm. Wenn ich ablehne, gewinne ich Stabi. Ey, ohne witzig, nämlich Stabi. Das bringt mir auf Dauer mehr. Mhm. Anspruch auf Ansbach. So. Sachsen ist auch noch mit bei. Wir haben 22.000 Mann. Wofür habe ich eigentlich diese dämliche Pfalz? Kann man das mal bitte irgendjemand erläutern? Ei, 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 ei. Werden höchstwahrscheinlich akzeptieren. Das hatte ich übersehen. Sachsen da auch noch mit dabei ist. Was sieht jetzt hier aus? Ich hole mir jetzt einfach erstmal die ganzen Optionen, ne? Das ist der blanke Witz. Ach na, kann ich jetzt da einen Anspruch hinfügen? Auf Ingolstadt. Lol. So funktioniert das also. Grenagennetzwerk beenden. Krieg erklären. Abbrechen. Krieg erklären. Da ist Straßburg jetzt wiederum mit dabei. Ei, aber kein Österreich. Die haben 7.000 Mann nur. Und Goslar. Ey Leute, das ist hier momentan der Durchbruchspunkt. Ich gehe mal mit der Hälfte meiner Männer da rein. Und mit der anderen Hälfte da rein. Wobei ich einen Truppentyp da noch mit reinnehme. So. Da kenne ich jetzt nichts. Freunde, da kenne ich jetzt nichts. Das war die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Ah ok, hier kann ich momentan nichts machen. Da brauche ich mehr Truppen für. Dann kommst du doch wieder darüber. Dann muss ich jetzt als alleres das Landshut komplett besiegen. Holla, die Waldfee. Das haben wir jetzt aber auch gleich hier. Ist eigentlich jetzt hier mit mir im Krieg drin. Goslar, Ingolstadt, Straßburg. Landshut. Da kommt der erste Straßburger an. Der wird nicht viel bewegen. Das haben wir gleich. Und it happened. Dann hole ich mir jetzt noch Landshut. Aber eigentlich muss ich jetzt die Folge beenden. Oh Leute, das wird eine interessante Angelegenheit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht es weiter. Macht es gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. ... Schöne Zeit.